Heute stellt Wolfgang Mock uns die neue stylische Flockenquetsche vor. Wolfgang Mock baut seit inzwischen 40 Jahren Getreidemühlen und Flockenquetschen. Er hat viele technische Innovationen bei den Haushaltsmühlen umgesetzt. Endlich hat er für uns einen Flocker entwickelt, optimal zur frischen Verarbeitung unserer U-Flake Biomyslis. Deshalb heißt unser neuer Flockenquetsche U-Flaker bei Wolfgang Mock. David und Philipp hatten die tolle Idee zu dieser Crowdfunding-Kampagne zum Start unserer neuen elektrischen Flockenquetsche aus nachwachsenden Rohstoffen. Um viel mehr Menschen zu begeistern, frisch zu flocken, für den vollen Geschmack und mehr Gesundheit. Und das finde ich einfach klasse. Das Gehäuse des U-Flaker besteht aus dem Material AboBlend. Es besteht zu 100% aus nachwachsenden Pflanzenfasern und ist besonders nachhaltig. Wie ein Kunststoff lässt es sich in Form gießen und ermöglicht so eine deutlich günstigere Produktion von elektrischen Flockenquetschen, die bisher knapp 400 Euro kosteten. Jetzt nur noch halb so viel bei gleicher Leistung und Qualität.